Gibt's jetzt die Gelegenheit. Super Tor aus der Entfernung. Nimmt sich einfach mal ein Herz und drin ist er. Kann schon überraschen, dieser Schuss aus dieser großen Entfernung. Alles richtig gemacht. Klasse Treffer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung.